also ja das signal kann doch richtig im knopf laufen dann ist doch nicht am knopf so dass die kabel soll den und soll auch von da hinten wie sie sich nicht das hier dann hätten wir zwei dann hätten wir nein das muss hier nicht nach der da dran nee so er ist da dran so und der muss an denen aber von der seite und das kabel geht danach da weiter also muss das kabel hier wieso das kann doch hin und dann kann das hier weg oder das kann daran und das andere muss dann darüber irgendwie und die hier anschließen oder nicht das geht nicht ja so weit war ich noch nicht das schließt die andere an so genau so ok warte pass auf ich gehe noch mal rüber und träger die noch mal und du guckst einfach ob die speicherzelle die muss daran passt dass du nie vom signal das passt und wenn das geht auch gut läuft guckst du guckst du da passt ist umgestaltet so und jetzt hätte ich mal auch umgestaltet perfekt aber es kann auch sein dass nur weil du den chunk warst weil es deswegen da geladen hat ich habe allerdings gelesen dass wenn man da einfach ein npc hinstellt ein kerker dass die chance dann auch geladen bleiben ich weiß nicht ob das stimmt das heißt ich kann nicht weiter nach oben buddeln wo du jetzt unten lang das signal ist mir zu doof dass ich da wieder auf wasser treffe bist so doof weißt du das fließt jetzt komplett unten lang nur links nein das macht alles du machst das schon wieder dumm wie dumm das ist sand der fällt runter echt mal es ist doch das gabel hier lang das mit so viel über verlegt ich habe liebe rein gesteckt als ob du sie ist doch das ist tropft ja da vorher war es nicht getroffen so dann musste aber auch hier ein größerer abstand hin kann das sein da wird uns einfach mal ein weiter außen rum und hier ein runter einfach noch so und das muss dann ja fast angeschlossen da muss nur noch irgendwo ein repeater in der gut darum kümmern wenn es nicht es passt zu trägern also welcher welche schaltet dann um welches muss das ist die innere das ist die innere bahn ja genau die ist jetzt auch umgeschaltet die läuft jetzt in die andere richtung dann ziehe ich da einfach mal die schienen lang so viel ich habe ich habe muss da noch keine gold schiene dabei also kein booster weil wir kaum gold haben dafür gehen müssen wir in der höhle gehen wo wir gehen in etha und füllen ganz viele viele will zu töten sehr viele jetzt schon wieder deine mordlust befriedigen so ist aber quasi einsam nicht nur unter kontrolle kriegen das ist dir klar ja ich sollte vielleicht mit jemand sich hart aus würde ich dir empfehlen so hier war genug fackeln hinsetzen dass im bond okay kann ich nicht mehr oh mein gott ist das auf dem recht nicht nur verdammt nach genau hier wollte ich ja noch eine brücke bauen dass ich das ist schon ein höher gelegt was ist eigentlich das nächste auf dem plan für gesprächsthemen oder für bau thema 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 ja du weißt was ich meine moment muss ich noch mal kurz bauen bau oder gespräch was hat man gerade gesagt bau thema tunnel und witstone ja und dann wird man eine höhle oder wir machen erst den schicken verbrennen aber das lohnt sich glaube ich mal aber brauchen wir aber dann und eine weizen fahren wir haben zwar war einmal so können wir sowieso nicht bauen weil wir keine sticky pistons haben warum ist die pistons zum boden aufklappen oder wollten normale pistons nehmen die warte mal warte mal warte mal der boden ist doch aufgeklappt immer oder ist nicht der boden immer aufgeklappt ich weiß es nicht wie wir das geplant hatten sechs eier haben sie schon gelegt warte eigentlich könnte man die doch damit weizen auch erst mal ein bisschen habe kein weizen ich habe ganz viel mitgenommen weil ich dachte wir bauen da jetzt ein bisschen mehr redstone soma und haben wir haben das denn gemacht die sind automatisch durch den wasserstrom in die lava getrieben dann haben sie die items gedroppt sind für die items haben wir dann wollten dass das kommt man doch so machen dass die kein nun gekommen was 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 ich weiß es kommt gar nicht mehr wie das geplant haben das ist jetzt auch nachgucken hast du das irgendwo ja auch auf dem rechner wir müssen nämlich ausloggen ja mach das mal kurz oder sind könnten oder ich kann ja weiter aufnehmen und danach gucken ja das geht ich meine gebrauchte ist die pistons ich dachte ich kann noch schnell jetzt haben mich aber dann gucke ich mal schnell auf die map braucht was geplant ich schließe ernte mal kurz dann kann man gehen ein bisschen vermehren mit dem weizen effektiver als mit eiern das stimmt so hier durch connect single player tutorial wie wie bist du rausgegangen ach ja jemals mit den schienen getestet war was sie sicher waren ob die schienen schalten ach ja das stimmt ja das haben wollte gemacht kann ich schlafen weil sie noch bis dass man xp macht hier was habe ich nicht für pistons benutzt auf jeden fall hier sehe ich gerade was auch black ja davon haben wir also wir sagen so wir haben zwei slimes das sollte aber fast reichen ich mir kurz sind da ging ins rein die jünger werden brauchen wir kurz eine leiter leider steht jetzt schon wieder rum so die jünger werden von hier wo ist mein huhns bornei muss noch kurz testen geht ja nichts wo die hühner sterben weil die nachdem brauchen wir dann zwei oder vier pistons borne borne wo ist es denn chicken 64 stück und ihr chicken spawnt so wo sterbt ihr geht nach da wo lassen sie ihre items war das ist viel wichtiger die bleiben da vorne liegen quasi slimes brauchen war aber so oder so ist lustig ist kann man zimmern wochen wenn wir so die bleiben quasi auf dem doch dass der allererste block war sie wohl gelegen waren also die liegen nicht mal unter der lava dann die items siehst du was ich hier gerade habe da wo der wasserstrom endet wo dann quasi eine leiter dahinter ist und die lava ich glaube das jetzt einfach mal ich würde gerne wieder so die options nein selten kürte titel im alte player und da bin ich ja da habe ich je geliebt wieso die weg die dahin da einen da eine hin die welt ja klar jetzt habe ich von meinem brüche wenn ich zwar bin tnt 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 so sind dann noch eier nimm die eier mit dem sand brauche ich nicht 24 brüche und 16 sugar canes ich mach mal bücher oder wir brauchen level wir müssen level mehr genommen haben dann können wir einen schaden ich würde noch ein paar zombies damit überhaupt damit sie überhaupt lohnt wie macht man ich mach mal zucker oder zucker brauchen wir nicht für das von zucker sicher dass er keinen zucker brauchen ja zucker ist cool man kann man nichts machen wie macht man denn bücher drei dinge übereinander nebeneinander neben ein papier übereinander in bücher 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 37 bücher wir haben kaum noch holz hast du noch holz irgendwo haben wir noch holz irgendwo dann soll man doch vielleicht dass man dschungel gehen wird man immer noch 36 roholz und 1 deck normal ja dann schickt man roholz über bist du drüben im haus wirklich immer kurz die erde rein kommt die lore fährt hier aber nicht los das ist merkwürdig dann haben wir ein problem sehr fast die losgefahren ist nicht losgefahren jetzt nein signal kommt doch ist deine lore losgefahren ja kommt hier bisher aber auch nicht dann das signal sendet er auf jeden macht noch mal haben wir irgendwo ein signal kaputt kann ich gehe mal kurz die strecke lang nach gut ihm das mein kart steht hier auch gerade acht durchs wasser ha 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 das wasser ist bis hier runter gekommen naja es hat sogar die schienen kaputt gemacht und sie sind ab und sie sind verschwunden das war ein tiefer buddeln damit ich was sehe auch da ist nur wetter und fackeln hier gehen ja die schienen maschinen ja scheiß dafür brauchen wir eisen und stickies ich habe keine stickies ich habe jedoch kein holz vorbei gemacht ich komme aber auch ich komme mal lang die städte es gab wieder zurück ja egal muss ich das dschungelholz verwenden um noch stickies zu machen ja das denke ich mir manchmal auch wenn ich dich sehe so wenn ich jetzt noch wüsste wo hier wieder ein müssen verdammt zack 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 oh verdammt das ein bisschen zu viel egal wir haben es ja vier stacks gleich so reicht das sollte knapp aber oder und noch ein stack redstone ich komme triggert irgendein signal und da ist eine kiste da ist eine kiste sollte nicht mehr triggern jetzt nicht mehr wie das ist runter gebaut wie man darunter durchkommt wie mein katz ist es scheißegal ob die oben oder unten fahren das stimmt aber hier muss eine gepowerter rail und wir haben keinen doch wir haben noch zwei gepowerter rails ich hole diese hier muss auf jeden fall auf die seite muss hier auf jeden fall eine pote hin sonst kommt ihr nicht mal eine kurve genau deswegen so zwei gepowerter beziehungsweise beim hochfahren können wir zu nur noch eine weg nehmen hier das ist auch immer also dunkel ja ach so ne ist ganz ja nicht verdammt was ne ins oder kann ich nicht so wird sagen du kommst dich hier unten drum und ich gehe hier mal kurz hoch war klar ich darf ja mal wieder ein scheiß job erledigen war und ich lege schon mal die 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 schaltknöpf dinger weiter richtung erstes haus den weg dafür müssen steine farben haben wir so wenig von und da war jetzt sogar ernsthaft was gemacht du kommst du fährst hoch gefälligst ja du fährst na nicht runter hoch nach mein spruch so und hoch perfekt und du fährst da um hallo wieso trägerst du nicht wie peter irgendwo fehlt oder sowas was nee aber das willst du triggern weil da da ist nur letztendlich zum viertel unter jetzt triggert sie manchmal triggern die nicht richtig da muss man neu setzen teilweise packt teilweise rum back 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 sich eine back in meiner schaltung so geht hier wo noch ein kabel lang gott dann schweiß ich glaube du los wird die andere fährt die andere fährt die andere fährt auch perfekt da schlaue ich mir mal ganz kurz während der fahrt das holz raus kommt 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 da ist ja gar kein holz mehr drin das habe ich mir schon genommen ich brauche das holz nicht du brauchst du glaube ich brauchst du kein holz hast du recht wieso bleibst du da unten stehen vor der kurve bleibt immer stehen ja das haben wir noch letztes mal schon davon auch eine power ein wenn man irgendwo noch welcher kiste hat sie die genommen zwei hatten wir dafür nur noch sei doch gesagt jetzt mal wieder wie ich die zuhörer nach verdammt jetzt muss man so rum immer laufen wird egal das letzte kabel so fackel 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 so ne da ist ja kein holz hast du holz wo ist holz wo bist du überhaupt hier an dem gang irgendwo ich brauch das holz in welchem gang neben die ich merke dafür dem weiter nach rechts bauen müssen welchen für die kabel zum haus 1 hier mal gucken mal wo das wir verwirzen ja steck rohholz da unten da gebe ich dir sogar koppels dafür auch beliebt das tropenholz das heißt das ganze muss wissen wo was ist das jetzt ist das hier die zugfahrstrecke das ist die menschen strecke nein das ist aber ganz strecke ja meine ich aber die alten strecke ich halte die alten strecke genau die knöpfe für die dingens ist jetzt gerade da wo die alten strecke ist wir müssen quasi unter der alten strecke die knöpfe lang gleiten beziehungsweise wo sollen die knöpfe hin überhaupt leicht überfordert ich gerade bin ich würde mich jetzt einfach mal hier durch die wand und einfach mal das aussagen was geht wo soll man hier die knöpfe überhaupt hinbauen hier ist gar keinen platz für knöpfe das nächste in die kisten müssen weg das geht aber auch nicht wegen dem lassen die hier die kisten hier müssen weg die mit die koppel und kiste kann weg nehmen aber da drüben so da aber drüben kommt es ist scheiße wieso packen wir die nicht hier irgendwo an die wand guck mal hierhin so da und da wo die zwei fackeln jetzt sitzen und hier und da muss man so weit nach vorne laufen du musst du hierhin setzen setzt dich rein und packst und fährst los